Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren zu den Bergbau-Nachrichten auf RohstoffTV. Bei uns in Unternehmen wird neben der Produktion auch weiter fleißig exploriert und man meldet sehr gute Ergebnisse. Ohne Exploration würden die Medien nicht durchhalten und nur ihre Erstbetriebslaufzeitannahme bei Inproduktionsnahme erreichen. Jedoch macht es Sinn während der Produktion weiter zu explorieren, da dies immer kostengünstiger ist als eine Erstexploration und vor allem dann das Minenleben immer wieder verlängert und oftmals auch die Produktivität erhöht wird. Carora Resources ist so ein Paradebeispiel. Die Gold- und Nickelproduktion wächst kontinuierlich und man meldet weiter starke Explorationsergebnisse. So konnte man auf Fletcher starke Kontinuität mit 15,9 Gramm Gold pro Tonne auf 6 Meter und 4,8 Gramm Gold pro Tonne auf 32 Meter ausweisen. Dies sind bereits zweite Bohrergebnisse auf dem Neunloch-Bohrprogramm, das auf die südliche Erweiterung der Fletcher-Skirzone, der sogenannten FSZ-Zone, über 500 Meter des Streichs nördlich der Alpha Island Falls EAF abzielt und diese zu testen und zu füllen. Die Ergebnisse der letzten fünf Bohrlöcher des Programms zeigen bereits breite, hochgradige Abschnitte der nördlichsten Infill-Linie, die darauf hinweisen, dass sich der Streich der FSZ näher und innerhalb von 250 Metern der Mineralressource Western Flanks neu ausrichtet. Die Ergebnisse des nun abgeschlossenen Infill-Bohrprogramms bestätigen die Existenz eines bedeutenden mineralisierten Systems westlich der Western Flanks, wobei die FSZ nach der Western Flanks und der Zone A das dritte große Goldsystem im Handblock sein könnte. Weitere Top-Ergebnisse zeigten 4,9 Gramm Gold über 5 Meter, 3,6 Gramm Gold pro Tonne über 34,5 Meter und 11,2 Gramm Gold pro Tonne über 2 Meter. Sehr gut! Man sieht weiterhin sehr hohe Gehalte in Verbindung mit der FSZ, die eine interpretierte Streichlänge von 2 Kilometern aufweist. Diese Ergebnisse untermauern die Unternehmensinterpretation von Fletcher als strukturelles Analogon der Western Flanks, die bisher die größte und vielversprechendste Scherungszone für die Goldproduktion bei Beta Hand ist. Das südliche Ende von Fletcher befindet sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Nickelinfrastruktur im Beta Block und der Mineralreserve Larkin im Süden nur 250 Meter von Bohrloch BL 17304 AE entfernt. Dies zeigt einmal mehr den Infrastrukturvorteil von Beta Hand mit über 400 Kilometern an bestehenden Stollen, die große Vorteile bieten, um neue Produktionsgebiete wie Fletcher in Betrieb zu nehmen. Insgesamt erhöht Fletcher weiterhin das Potenzial für ein beträchtliches, kontinuierliches Wachstum der Mineralressourcen auf Beta Hand, um die beeindruckenden Unzenzuwächse fortzusetzen, die bereits seit mehreren Jahren auf diesem Vorzeigeprojekt zu verzeichnen sind. Wir sind auf die erste Mineralressource sehr gespannt. Caliber Mining geizt auch nicht mit guten Bohrergebnissen mit hochgradigen Mineralisierungen innerhalb des Limon-Minenkomplexes. Erste Ergebnisse beinhalten 9,67 Gramm Gold pro Tonne auf über 13 Metern und fast 9 Gramm Gold pro Tonne auf über 10 Metern. Diese Ressourcenerweiterungs- und Infil-Bohrprogramme bei der hochgradigen unter der Tage Lagerstätte Atravessada liegen nur 2 Kilometer westlich der Verarbeitungsanlage Limon. Diese hochgradigen Abschnitte zeigen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung im Minenkomplex Limon. Während die Hauptexplorationsbemühungen auf Limon auf Erweiterungen entlang des Vitam-Goldkorridors abzielten, bleibt der Limon-Distrikt ein ausgedehntes Gebiet mit Erweiterungs- und Entdeckungspotenzial auf dem gesamten Grundstückspaket. Ferner wurden über 15,3 Gramm Gold, über 4,3 Meter echte Weite, einschließlich 28,7 Gramm Gold über 2,3 Meter gefunden und viele weitere hochgradige Ergebnisse. Klasse, wenn man solch hohe Gehalte weiterfindet, obwohl schon über 4 Millionen Unzen Gold abgebaut wurden. Dies zeigt die Reichhaltigkeit des Erzkörpers und Caliber-Walings-Explorationssatz neben der erfolgreichen Produktion. Auch Vista Silber schlägt wieder zu mit tollen Ergebnissen aus 13 neuen Bohrlöchern aus der vor kurzem entdeckten Ader La Luisa, die sich 700 Meter westlich der Ressource Napoleon Area auf dem zu 100% unternehmenseigenen Silber-Goldprojekt Panuco in Mexiko befindet. Die neuen Bohrergebnisse bei La Luisa haben den lokal hochgradigen Fußabdruck um etwa 350 Meter in Richtung Süden erweitert und eine oberflächliche Adern-Mineralisierung 500 Meter entlang des Streichs in Richtung Norden bestätigt. Beispielhaft wurden 764 Gramm pro Tonne Silber-Equivalent über 11,2 Meter Warebreite gefunden sowie Wertes zwischen 340 und 503 Gramm Silber-Equivalent pro Tonne mit durchgehend hohen Werten für Silber, Gold, Zink und Blei. La Luisa hält, was es verspricht, bleibt in alle Richtungen offen. Collective Metals erhielt erste Untersuchungsergebnisse ihres Gesteinsprobenprogramms, das im Rahmen der Due Diligence-Bewertung des Kupferprojekts Princeton im Frühjahr 2023 durchgeführt wurde. Der Schwerpunkt des Programms lag auf der Lokalisierung, Untersuchung und in den meisten Fällen auf der Beprobung von Aufschlüssen, Straßeneinschnitten, ausgehüllten Gräben oder Aufschlüssen in Verbindung mit zuvor identifizierten Kupfermineralvorkommen. Die meisten der untersuchten Vorkommen befinden sich in der Nähe von Holzfällerstraßen und wurden mit Lastwagen erreicht. Es wurden mehrere Traversen unternommen, um historische Kupfermineralvorkommen bei Lamont Ridge, Wilmack und Trojan zu erreichen. Drei Proben, die aus Aufschlussproben entnommen wurden, ergaben Kupfergehalte zwischen 0,3% und 0,5%. Die höchstgradige Probe wurde aus dem Kupfervorkommen Trojan entnommen, das innerhalb des Korridors Trojan-Kondor liegt. 19 Proben enthalten an normales Kupfer mit Untersuchungsergebnissen, die mehr als 100 ppm ergaben. Feldbeobachtungen und geochemische Analysen der Ergebnisse aus dem Jahr 2023 bestätigen das Vorhandensein von umgewandelten Dioriten, von denen bekannt ist, dass sie Kupfermineralisierung in der Koppermahntenmine beherbergen. Das Feldexplorationsprogramm 2023 des Unternehmens schreitet gut voran. Die Ergebnisse des Programms zur Entnahme von Bodenproben werden in den kommenden Wochen erwartet. Somit läuft alles nach Plan und wir sind gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Sie finden alle Informationen auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Bitte beachten Sie den folgenden Disclaimer. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie doch einfach unseren TV-Kanal. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SAC Mining Special Situations Zertifikats und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederschauen und Servus heute aus München.